Ich weiß nicht mehr, wie man Rätsel löst. Oh, warte mal, man muss wahrscheinlich da hoch, oder? Leute, wir müssen Teamwork machen. Warte, ja, rollt mich da hoch. Warte, 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 warte. Ah! Nicht zu weit. Okay, ich muss hier hoch, oder? Nein, muss ich nicht da hoch? Hallo? Okay, anscheinend muss ich nicht da hoch. Seid ihr euch sicher, dass man das da hochrollen muss, Leute? Ich glaube, man muss das hier hinrollen und dann müssen wir da... Wir müssen da... Wir müssen da drauf. Genau, da müssen wir hoch. Mit vereinten Kräften, Mensch. Da muss das hin. Wir müssen das da hindrücken. Warte mal. Äh. So, komm, hopp. Leute, ey, die mit den Rucksäcken, wo das ganze geklaute Zeug drin ist. Helft uns mal. Und jetzt gehe ich da drauf und dann machen wir den hier, zack. Und fertig. Easy, halt dich doch fest. Ich glaube, mein Schwimmreifen... So, haben wir. Guck mal, gar kein Problem. Und jetzt kann ich... Was machen? Oh nein, ich glaube, ich muss... Ich glaube, wir brauchen ein Rohr, Leute. Leute! Oh. Aha. Guten Tag. High five. Woo! Nice. Ah, da ist das Rohr. Ah! Na toll. Kannst du nochmal die Tür aufmachen? Wir müssen das Rohr da... Das Rohr muss hier rein. Es muss da ins Tor. Hallo. Klopf, klopf. Einfach den Hebel bewegen. Und dann kommt das von ganz alleine. Jawohl. Nein. Nochmal ganz umlegen. Komm, ihr kriegt das hin. Ich glaube an euch. Leute, komm. Klopf nochmal an. Warte auf jetzt die Tür. Warte die Tür auf. Bitte. Da steht einfach jemand in der Ecke, wie bei Blair Witch. Was will diese Person? Ich bin verflucht. Hallo. Hallo. Leute, ihr müsst den Hebel benutzen. Das ist doch nicht so schwer. Das ist ein Hebel neben dem Tor. Und der ist blau. Ah ja. Super, Leute. Teamwork. Klasse. Guck mal. Jetzt gehen wir dann hier hin. Und dann machen wir das Rohr da so... Oh. Passt noch nicht ganz. Leute, da fehlt noch was. Warte mal kurz. Ey. Muss das da mal rein... Muss das nicht hier so... Muss das nicht da so reingelegt werden? Ah, so. Der hält einfach seinen Kopf rein. Oh ja, geil. Hm. Oh, nice. Oh. Ach, nein. Nee, nee. Das ist doch falsch. Ist doch... Das ist doch falsch. Dann fehlt doch hier wieder was, oder nicht? Oder ist das nicht richtig... Weiß es nicht. Jetzt können wir das Tor nicht aufmachen. Äh... Au. Doch, das ist richtig. Ihr habt recht. Dann müssen wir hier wieder zurück. Jawohl. Macht das Rohr da rein. Geil, Leute. Wir haben das Tor geöffnet. Wir sind die Besten. Und wofür brauchen wir jetzt diese rote Tonne hier? Achso, das war wahrscheinlich einfach wirklich nur, um da rauf zu kommen. Geil, Leute. Rätsel Nummer 1 ist geschafft. Wie Profis. Der absolute Wahnsinn. So, was haben wir hier? Da haben wir einen roten Knopf, einen roten Hebel. Da können wir wieder irgendwas bewegen. Da ist eine Rampe. Hier ist noch eine rote Tonne. Wahrscheinlich müssen wir die einfach... Ja. Das war richtig. Einfach in den Abgrund reinstoßen. Wer kennt es nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal da draufstellen und eine Übersicht beschaffen, ja? Wir müssen auf jeden Fall da rüber. Ah, 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 ah. Wie kommen wir da rüber, Leute? Wie kommen wir da rüber? Da müssen wir... Guck mal, die wollen auffangen. Warte, ich mach mit. Wir haben das. Wir fangen das auf. Nein! Ja, so viel dazu, Kevin. Vorsichtig, wo man hintritt, ne? Entschuldigung. Wie die da einfach bereitstehen und das auffangen wollen. Leute, ihr müsst das schon... Ihr könnt das halt nicht alle auffangen. Irgendeiner muss das halt anschubsen. Lass mich los. Ah! Okay, hier kommt sie. Da. Fangen! Jawohl! Mit vereinten Kräften, Leute. Haltet sie fest! Haltet sie fest! Jetzt! Jetzt hebt sie hoch! Hebt uns hoch! Hebt uns... Hebt uns hoch! Nein, wir müssen... Wir müssen Gewicht ablassen. Wir müssen loslassen. Wir dürfen uns daran nicht festhalten. Das ist zu schwer. Dann schaffen wir nicht. Warte, 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 warte. Komm, aufstehen. Los, jetzt. Wartet. Leute, Vorsicht! Ich glaube, das reicht doch jetzt an verschiedenen... Nein. Nein, das war nicht richtig. Das war so nicht richtig. Das war gut. War ein guter Ansatz, aber es war so nicht richtig. Wir brauchen wieder Leute, die es auffangen. Komm. Warte, warte. Nicht runterstoßen. Erst hinstellen und auffangen. Komm. So, Arme hoch! Wir kriegen das hin, Leute. Wir müssen nur dran glauben. Einfach believen. Komm. Auf geht's. Hey, pssst. Stellt euch hier ran. Atmet. Atmet, komm. Ich glaube, wir brauchen hier mehr Leute auf der Seite. Sonst schaffen wir es nicht. Wir sind ein bisschen brenzlig mit dem Gewicht. Das geht nicht gut. Leute, das geht nicht gut. Ja, ja, super, macht ihr das. Klasse. Jetzt fangen wir es. Oh, stopp. Stehen. Halten. Ja. Wir waren fast dran. Lol. Einfach so ganz trocken. Lol. Mr. Skate. Hä? Ach so, der hat einfach die Tonne... Der hat einfach die Tonne genommen. Wir brauchen doch trotzdem die Tonne wahrscheinlich auch, oder? Ey, warte, das schaffst du so nicht. Nein, alleine schaffst du es nicht. Ey. Das schaffst du so nicht. Bleib stehen. Warte mal. Okay, vielleicht mit Ruck. Mit Ruck müssen wir sie rübertragen. Komm. Und jetzt los geht's. Komm, haltet uns fest. Ja. Ja. Lass los. Lass los. Lass los. Du musst dich opfern für die Gruppe da unten. Warum springst du denn da noch dran und willst dich festhalten? Kreise. Leute, komm. Komm. Wir haben's doch fast. Ja. 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 Wir sind Hulk. Komm. Leute, wir brauchen noch ein paar Arme. Geil. Das nenne ich mal vereinte Kräfte. Wahnsinn. Da kann man stolz drauf sein. Und was machen wir jetzt damit? Also was ist jetzt... Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir die hier reinlegen? Oder wie ist das? Ah, nee. Hä? Was? Was? Bumst der gerade die Rampe? Wir sollen glaube ich nicht diese Rampe knattern. Ich glaube, das ist falsch. Wir haben zwei rote Fässer. Zwei riesengroße rote Fässer. Und die müssen wir, ähm... Müssen wir irgendwie so einpegeln, dass das Ding... Also wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie was mitmachen. Dass wir da hochlaufen können, oder? Da ist ein Rohr. Wir müssen irgendwie an das blaue Rohr drankommen, Leute. Was wir dann da hinten einsetzen. Oh ja. Ja, warte mal. So ist gut. Haltet mal fest. Jetzt hoch, oder? Jetzt laufen wir hoch. Die Tonne muss so bleiben. Wie der einfach ins Nies gesprungen ist. Und das Problem... Nein! Nein! Scheiße. Irgendeiner muss da unten die Rampe festhalten. Damit die nicht abhebt. Nein, das ist zu steil. Das ist zu steil. Leute, das ist zu steil. Wir müssen... Wir müssen da eh was machen, Leute. So kann das nicht weitergehen. Wir brauchen... Leute, kommt! Benutzt mal den Kopf jetzt hier! Die rollt ja einfach ins Nichts, oder? Was sollen wir mit der? Wir können das halt dazwischen klemmen irgendwie. Aber das war's dann auch. Vielleicht so da rein. Warte mal. Vielleicht so längs. Längs rein vielleicht. Oh. Aber das ist ja auch irgendwie... Anders kriegen wir die auch gar nicht da rein. Wir sind hilflos. Das sind Mitarbeiter, Leute. Oh. Ja, ich glaube... Nee. Das können wir vergessen, Leute. Das ist... Das ist zu einfach. Wir können einfach diese Fässer wegdrücken. Das geht viel zu easy. Wippe als Schleuderschwung. Meinst du? Vielleicht können wir da so gegenlaufen. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Nee. Nicht dran festhängen, Kevin. Das ist nicht gut. So. Dann lass mal kurz los. Hallo. Stopp. Mal kurz. Hier. Hoch. Und dann muss... Wir müssen die... Wir müssen die Tonnen da drunter kriegen. Oder? Ich glaube, wir müssen die Tonne da drunter kriegen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist doch... Also eigentlich ist das ja easy. So. Wir dürfen keinen da dran hängen. Haben. Sonst geht das Ding... So. Jetzt heben wir das mal hier hoch. Aber das reicht halt nicht für die Tonne. Die Rampe unten an das Fassgefäß geklemmt wird. Dann, wenn oben Gewicht kommt, es sich nicht überschlägt. Kurze Seite runter und das Fass davor. Ja. Guck mal. Oh. 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 Warte mal. Kurze Seite. Sag mal nicht, wir müssen das einfach nur... Ne. Das wäre ein bisschen zu easy. Leute. Wir sind blöd. Wir müssen das Ding einmal komplett umdrehen. Leute. Die Tonne muss hier raus. Wir müssen diese Scheibe komplett umdrehen, damit wir das raushauen können, das Rohr da runterhauen können. Ich glaube, so ist das gemeint. Wir sollen da nicht hochlaufen. Wir müssen die Tonne hier rauskriegen. Los, die Tonne hier raus! Die Tonne ist sofort raus. Haltet sie mal kurz fest und nicht wegwerfen. Die andere muss auch raus. Jawohl! Einer für alle, alle für einen. Jawohl, super! Zieht mich einfach mit, ist kein Problem. Warte kurz. Hand in Hand. Einmal den hier und dann drehen wir die Scheibe. Genau. So, und jetzt müssen wir das halt so jetzt müssen wir das halt so hinkriegen, dass wir das hier quasi nach oben wie auch immer das passieren soll. Da muss sich, glaube ich, von der anderen Seite jemand dranhängen, irgendwie. Kriegen das hin, Leute? Wir sind doch die Brains hier. Ne, die Tonne ist schon richtig. Die muss schon da unten sein jetzt. Damit das nicht weggedreht wird. So, und dann von einer Seite ziehen. Ne, das nicht dranhängen. Nicht dranhängen. Wir müssen das, glaube ich, mit der Tonne drücken. Genau. So. Jawohl. Noch ein Stück. Jetzt, genau. Jetzt musst du das da unten... Jetzt musst du dich da unten dranhängen. Ich glaube, du musst nicht da runterspringen. Das ist nicht der Sinn. Ich glaube, der Sinn ist, dass wir... Ey, schleudert mich hoch! Leute, wartet! Wieder zurück! Wieder zurück! Hochschleudern! Ich brauche jemanden, der sich... Wir brauchen... Er fliegt einfach vorbei. So, jetzt lauft mal hoch und dann schleudert er mich einfach hoch. So machen wir das jetzt. Komm! Genau. Einen brauchen wir... Da brauchen wir noch jemanden. Da muss ja mehr Gewicht sein auf der Seite. Das macht ja gar keinen Sinn sonst. Mit Schwung! Mit genügend Schwung! Oh, klasse macht ihr das! Ihr macht das klasse, Leute! Nein, nein, nein! Lass los! Jetzt ist das nicht genug. Brauchen wir noch mehr Leute? Ich glaube, ich bin zu fett. Wir brauchen auf der anderen Seite noch mehr Leute! Ich bin zu fett! Ich bin zu fett! Schnell! Alle dringend los! Und mit dem Hochsch... Ja, langsam, 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 Leute! Langsam! Jetzt könnte es reichen, oder? Ja! Ja! Und jetzt! Wartet, wartet, wartet! Ich hab es! Ich hab es! Ja! Ja, geil, Leute! Das war super! Das war aber wirklich Teamwork vom Feinsten, ne? Das war klasse! So muss das laufen! Ganz stark! So, jemand kann das Rohr jetzt gerne ins Loch stecken, wenn er möchte. Das mach ich nicht. Ihr habt ja auch mitgeholfen, ne? Und fahren wir hier zum Wagen. Leute, das war der Wahnsinn! Team! So! Einer muss... Okay, dann steck ich halt das Rohr in das Loch rein. Okay, dann wirf mich... Okay, dann halt nicht. Werd ich halt einfach weggeworfen. Toll! Leute, ich mach schon. Okay, dann machst du halt. Rein da, Leute! Komm! Jawoll! Jawoll! Hör auf, mich hier runter zu werfen! Mach keinen Scheiß! Okay, wir haben hier einen Ofen. Können wir den aufmachen? Ich glaube, hier müssen wir... Okay, da brennt nichts drin. Da müssen wir erst Feuer machen. Okay. Jemand muss jetzt den Fackelläufer machen. Der muss da rüber. Aber wie? Wie kriegen wir das Ding? Das müssen wir, glaube ich, auch wieder umdrehen, oder? So, ne? Ja, so ungefähr. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Zack! Oh, ich könnte auch einfach da drauf springen. Natürlich. Jawoll, sehr schön. Guck mal hier. Das ist doch Teamplay, Leute. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ich mach das Holz schon mal frei. Ja! Jetzt wird hier eingebrochen. Jetzt werden hier Randale gemacht. Ah! Jawoll! So, haben wir hier noch Feuer gerade? Hat jemand den Stock mitgenommen? Der verbrennt sich einfach. Leute, ruhig. Wir brauchen einen Stock. Hat jemand den Ast mitgenommen? Kann mir jemand den Ast angeben vielleicht? Ja, danke. Hab ich den? Nein, scheiße. Ich hab ihn nicht. Ah! Toll. Hab ich mich erschrocken. Ich glaube, man kann den da nicht angeben, oder? Scheiße. Leute, ich bin wirklich sehr erstaunt, was ihr für Teamplay hier macht. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist echt. Da kann man nur stolz drauf sein. Warte, 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 warte. Oh Gott, das Gesicht. Warte kurz. Äh. Jetzt. Ja. Nee. Kriege ich es oder kriege ich es nicht? Nee, ist es nicht. Ich bin zu... Lol, da brennt ja schon was. Er brennt! Es brennt! Feuer! Rüber! Komm! Ich hab's! Ich hab's! Jawohl! Wahnsinn! Klasse, Leute. Ah! Heiß, 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 heiß. Lass mich durch. Lass mich durch. Uh, uh, uh. Boah. Mach zu, mach zu. Was ist das? So, jetzt. Was ist das jetzt? Oh. Tor ist auf! Tor ist auf, Leute. Wahnsinn. Klasse. Einmal bitte Applaus, ja, für das Team hier. Das ist ja Wahnsinn. Was hier hingelegt wird. Das ist ja unfassbar. Sehr schön. Juhu! So, wie geht's weiter? Hier müssen wir folgendes machen. Oh. Da wird einfach schon... Oh, lol. Da wird das Level schon gemacht. Da kommt die ganze Zeit ein rotes Fass rausgerollt. Wartet. Mit vereinten Kräften. Jawohl. So. Müssen wir das einfach nur da drüber legen? Oder wie läuft das? Oh, das Fass. Ach, schade. Ich wollte es auffangen. Ich habe es leider nicht geschafft. Scheiße. Warte kurz. Ich muss schon wieder pinkeln. Ich fasse jetzt nicht meine Blase, ey. Kein Wunder, dass ich hier so ein Rettungsrimmen um die Hüfte habe, ne? Ja, voll. Rüber jetzt, Leute. Komm. Warte, warte, warte. Aufpassen, aufpassen. Nicht fallen lassen. Nein, 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 nein. Und hopp. Einer muss, glaube ich, von der anderen Seite mal eben darüber. Genau. Oh, Vorsicht. Hast du? Hast du? Ja? Jawohl. Oh Gott. Ach du Helle. Fangt es. Und jetzt? Ah, wir müssen jetzt hier hoch dann. Rein in die... Rein in die... Da müssen wir, glaube ich, warten, bis mehrere kommen, oder? Kommen da noch ein paar? Nee. Jawohl, Leute. Ganz stark. Aber nur alle. Also einer. Nicht alle gleichzeitig. Der Panda macht es, Leute. Der Panda macht es. Ich glaube, ich bin schwanger. Ja, das könnte sein. Dass ich die ganze Zeit auf Klo muss. Ich würde auch meinen Bauch erklären. So, der Panda rettet uns jetzt oder haut einfach ab? Oh, tschüss. Wir können runterfallen, Leute. Jawohl. Ey, wir sind ganz gut unterwegs, ne? Wir schaffen das mega schnell. Wir brauchen wieder neue Rohrteile. Können wir die alle mitnehmen? Oh. Oh. Ähm. Womit betreiben wir diesen Ofen? Ich glaube, der Ofen kann uns egal sein, oder? Wir müssen ja das Tor damit aufmachen. Na komm. Mach das rein da. Ah. Ah ja. So, und dann müssen wir... Müssen wir das wirklich da ran machen? Müssen wir das nicht lieber... Oh, was ist denn jetzt hier los? Warte mal. Ich glaube, das muss vielleicht da... Wir müssen ja... Ne, warte, 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 warte. Wir müssen das umdrehen. Das muss ja da angeschlossen werden, oder? Oder meinst du so? Ich meine, wir haben jetzt noch so ein Kurvending. So, zack. Und jetzt die eine Kurve. Ist das richtig? Ich glaube, das ist falsch rum. Wir müssen das, glaube ich, so rein machen, ne? So, ran gesaugt. Jetzt das Ding brauchen wir noch. Ja, doch, genau. Wir brauchen... Ne. Ne, das ist falsch. Das passt ja nicht. Haben wir noch irgendein Rohr, was fehlt vielleicht? Leute, passt mal kurz auf. Schaut euch mal kurz um hier. Wir müssen doch irgendwo ein Rohr finden. Oder? Oder müssen wir das vielleicht noch anders ansetzen? Was kommt denn da oben? Da unten kommt ja noch ein Rohr, da oben. Warum hat da jemand ein Rohr? Was wird da probiert? Ach, lol. Ich komme. Ich komme. Hilfe! Hey! 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 Hilfe! Hey! Zieh mich hoch. Nein! Nein, das ist falsch! Aua! Das ist... Das ist ganz falsch. Das soll nicht so... Das ist... Lass mich los! Mein Genick ist gebrochen, bitte! Mein Genick ist gebrochen. Ich kann das nicht überleben. Das ist mein armer Kopf. Ach, Mann, ey. Hättest mich einfach nur hochziehen müssen, während die Baustelle hier weiter voranschlüpft. Ach, Mann. Oh, nochmal. Nein, ich... Jetzt halte ich mich am... Ich halte mich einfach am Panda fest. Das ist auch nicht normal. Muss das so sein. Mann! Muss schon wieder pinkeln, ey. Ich habe echt... Wie kommt der eigentlich da rüber gerade? Hä, warum ist das Tor auf einmal auf? Wie habt ihr das Tor jetzt aufgemacht? Ich... Ich frage gar nicht. Das ist... Ich... Ich frage nicht. Leute, da haben wir neue Rohrstöcke. Stücke. Stöcke vor allem. Ich bin ein U-Boot. Lasst mich durch. Ich habe alles im Blick. Ich weiß zwar nicht, wie das Tor auf einmal aufging, aber irgendeiner hat das schon gemacht. Das nennt man halt Aufgabenteilung hier, ne? So. Die Frage ist... Warte mal. Wie kommen wir da am besten jetzt ran? So. Wahrscheinlich, oder? Dann da rein. Ja, genau. Nein, 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 nein. Das muss da nicht hin. Das muss... Ne, ne, ne. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Leute, warum hast du eine Kette überhaupt in der Hand? Was willst du damit? Der will mich einsperren. Leute, komm. Wir haben hier was... Wir müssen uns fokussieren. So vielleicht. Ja. Ja. Rein da. Ja. Haben wir's? Ne, können wir immer noch nicht. Jetzt das da rein. Jawohl. Drehen, komm. Ja. Äh, ich mein... Ja, genau. Perfekt. Perfekt. Wir sind nah dran. Jetzt muss das noch... Er hebt die Hände, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Jetzt. Juhu. Geil, Leute. Hammer. Hände hoch. Das sieht so doof aus. So, das Ding ist jetzt... Wie kriegen wir... Warte mal. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Problem. Müssen wir die Rohre jetzt mitnehmen? Oh, ich glaube, wir müssen die Tonne nehmen, dass sie da runterstecken, ne? Unter das Tor. Damit wir die Rohre da rausnehmen können. Oder? Safe müssen wir die... Wir müssen die Safe da runterrollen und dann müssen wir halt die Rohrteile wieder nehmen. Einmal kurz durch, bitte, Frau Skeletonfrau. Hallo. Wir müssen einmal... Wir müssen einmal... Können Sie... Dankeschön. Dankeschön für den Support. Das ist sehr nett. So, das bleibt jetzt da drin liegen. Und selbst wenn wir die Teile dann rausnehmen... Nein! Ah! Scheiße. Wir müssen, äh... Genau. Wir müssen, glaube ich, die Tonne... Die darf nicht... Warum haben die jetzt Rohre da hinten? Müssen wir die... Müssen wir die doch nicht da drunter stecken? Ist das vielleicht doch nicht so gewollt? So, vielleicht. Kannst du doch mal versuchen, das rauszuziehen? Und dann gucken, was passiert. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten das doch nicht machen. Ich glaube, das ist nicht gut, dass wir die rote Tonne da drunter stehen haben. Das ist nicht toll. Äh, ja, kann wieder ran, das Rohr. Du kannst wieder... Kannst wieder ranstecken. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Einmal wieder rein. Das ist super. Klasse. Ich will mich vom Tor hochziehen lassen. Ja, geil! Und jetzt cheat ich. Warte. Wahrscheinlich komplett gleich schon mit dem Level durch. Ich habe gecheatet, Alter. Kann man hier was machen? Habe ich hier... Oh, ich habe... Hier ist ein Hebel? Soll ich hier sein? Oh. Guckt mal, Leute. Was kann ich da... Ich glaube, ich hätte hier noch nicht sein sollen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vorgedreht. Woo! Oh, Leute, ist ja jemand drauf. Alter. Wo müssen wir hin? Da sind Rohre, da sind mehr Tonnen. Achso, und jemand hat jetzt das Rohr hier festigt, oder was? Muss ich hier in die Brücke spielen gerade? Irgendwie kann das sein. So ungefähr ist das richtig? Müsst ihr das mitkriegen? Warum hat der Baum da eine Kette? Warum hat der Baum da eine Kette? Ich muss schon wieder bingeln. Ich fasse es nicht. Äh. Ich will mich gerade nur umsehen. Das ist der Grund, warum ich hier hin und her schwinke. Ich kann halt nicht hoch und runter. Ich kann nur links oder rechts. So, ich weiß nicht, was da passiert. Oh Gott, Vorsicht, Leute! Passt auf euch auf! Passt auf euch auf! Macht keinen Scheiß jetzt da hinten. Oh, war das richtig? Saving. Das heißt, wir können wahrscheinlich irgendwo runterspringen. Juhu! Ähm, ach nee, ihr seid ja da noch... Ich hab vergessen, dass die da noch hingen. Guten Tag! Leute, ihr könnt euch fallen lassen. Ich mein, das ist eigentlich keine Option, aber ihr könnt's. Ihr könnt euch wirklich fallen lassen. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir hier so ein Rad. Okay, helft ihm! Helft ihm, Panda! Kriegen wir das hoch? Nee, das kriegen wir gar nicht hochgezogen. Wir müssen da rüber. Ich dachte, wir müssen's hochziehen. Aua! Äh! Scheiße. Okay. Brauchen wir jetzt auch die Rohre von der anderen Seite? Oh, das ist ein Riesenrad! Ja, das Riesenrad müssen wir zum Laufen bringen! Ähm... Wie machen wir das denn? Uns fehlt ein Rohr, Leute. Wir brauchen ein anderes Rohr. Da fehlt noch irgendwas. Das passt so nicht. Nee, nee, nee. Das passt so nicht. Wir brauchen irgendwie ein Verbundstück wieder. Leute, wir brauchen ein Verbundstück. Wir müssen danach nicht suchen. Hopp, hopp! Oder? Ist doch so, oder? Aber wobei, warte mal. Eigentlich ist das Spiel... Äh, sieht das Spiel... Hä? Lol. Das ging? Okay, wir brauchen noch kein Verbundstück. Juhu! Kann ich durchziehen. Gehen wir dann jetzt da hoch? Ah! Ah! Scheiße. Nochmal. Vorsicht! Aua, du hältst dich an mir fest! Hö! Ich hab's! Was hab ich denn hier? Ich seh mich nicht. Nein! Hallo? Lass mich los! Lass mich los! Ich kann hochziehen! Ich kann mich hochziehen! Komm, für die Gruppe! Ey, mach keinen Scheiß für die Gruppe, Mann! Komm! Für die Gruppe! Ey! Lass mich los! Nein, mein Kopf hängt fest! Scheiße, ich kann mich doch jetzt... Wow, da ist ja schon jemand oben. Toll. Ich dachte, ich wäre der Erste. Hm. Und was war das jetzt? Noch ein Rohrstück. Achso. Aber das passt ja nicht. Oder? Doch, natürlich passt das. Ich bin so doof. Drehen, ne? Drehen. Du musst das drehen, Junge. Du musst das drehen. Drehen. Einmal so. Genau. Nein! Ah, scheiße. Sorry, dass ich da gerade reingreife. Ne, das passt ja trotzdem nicht. Das ist doch... Das ist doch doof. Ne, das... Doch, natürlich passt das. Was labere ich denn da? Und jetzt einfach rein. Ja. Komm, für die Bauarbeiter hier. Und dann noch... Jawohl! Juhu! Und was hat das jetzt gebracht? Müssen wir uns rüber schleudern? Oh Gott, wir sind ja viel schneller. Wow! Ah! Ups. Sollte das so sein? Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Leute. Das war super Teamwork. Das war der Wahnsinn. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Klasse, Leute. Klasse! Klasse! Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Bis zum nächsten Mal.